Wir sind keine gewöhnliche oder langweilige Bank. Unsere Mitglieder, aber auch Mitarbeiter stehen dabei stets im Mittelpunkt. Was ich besonders schätze, ist die Teilnahme an diversen Crowdfunding-Projekten oder diverse Veranstaltungen, wie zum Beispiel beim CSD in München. Hier kennt man sich in der Nachbarschaft. Ich berate unsere Mitglieder und Kunden und nach Feierabend gehe ich zu ihnen einkaufen. Das ist gelebte Genossenschaft. Wir haben hier keine klassische Filiale mehr, sondern einen Treffpunkt. Wir leben Genossenschaft als Team und mit unseren Mitgliedern. Viele unserer Mitglieder haben wir bei der Existenzgründung unterstützt. Und zu sehen, wie sich unsere Mitglieder entwickeln, die langfristig auch zu begleiten, das motiviert mich jeden Tag. Ich bin seit meiner Ausbildung hier. Das sind inzwischen fast zwölf Jahre. Darauf bin ich besonders stolz. Hier möchte ich auch nicht weg. Hinzu kommt, dass ich sogar meine Frau hier kennengelernt habe. Weil Genossenschaft verbindet, ist es für uns so unglaublich wichtig, Persönlichkeiten mit Herz, Leidenschaft und Begeisterung zu finden. Ich bin seit meiner Ausbildung.